Hören Sie nun die Predigt zum 32. Sonntag im Jahreskreis, gehalten am 6. November in der Vorabendmesse in der St. Jakobuskirche. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit lehrte Jesus eine große Menschenmenge und sagte, nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt und sie wollen in der Synagoge die Ehrensitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Sie fressen die Häuser der Witwen auf und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben, was sie besaß. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt eine interessante Unsicherheit und unter den Bibelwissenschaftlern, wie man diese Tat der armen Witwe am Opferkasten im Tempel deuten soll. Wird sie von Jesus als ein positives Beispiel dargestellt? Sagt Jesus uns, ja, so solltet ihr es auch machen, wie diese arme Witwe? So wurde diese Stelle in der Regel gedeutet als ein nachahmenswertes, positives Beispiel für eine großzügige Spende, für eine ganze Hingabe des eigenen Lebens. Aber es gibt heute Bibelwissenschaftler, die sagen, nein, Jesus sagt hier ja gar nicht ausdrücklich, dass das, was diese Witwe tut, etwas Lobenswertes, etwas Gutes ist. Vielleicht weist er auf sie hin als ein Beispiel für das, was er vorher sagte, dass nämlich die Schriftgelehrten die Häuser der Witwen auffressen. Und diese arme Witwe wäre dann sozusagen ein Opfer der Manipulation durch die Schriftgelehrten und Priester im Tempel. Sie ist dazu gebracht worden, dass sie ihren ganzen Lebensunterhalt, das wenige, was sie besaß, auch noch wegschenkt für den Tempel. Diese Deutung wird ja zunächst einmal dadurch unterstützt, dass wir doch wohl alle irgendwie erschrecken über das, was diese Witwe tut. Und den ganzen Lebensunterhalt weggeben, das ist doch unvernünftig. Das sollte man doch nicht tun. Das kann doch niemand verlangen. Wenn ich als Pfarrer Ihnen sagen würde, heute bei der Kollekte im Gottesdienst, da sollen Sie alles spenden, was Sie besitzen, Ihren ganzen Lebensunterhalt. Da würden Sie mich, denke ich, sehr merkwürdig anschauen. Da würden Sie keineswegs begeistert sein. Da würden Sie denken, das ist ja verrückt. Das kann man doch nicht tun. Das kann doch kein Mensch verlangen. Und keine Angst, ich verlange es auch nicht von Ihnen. Trotzdem glaube ich, dass die traditionelle Deutung dieser Stelle, die davon ausgeht, dass Jesus dieser Witwe als positives Beispiel darstellt, im Recht ist und wahrscheinlicher ist. Denn es gibt so viele Stellen im Neuen Testament, wo Jesus Dinge sagt und tut und verlangt, die auf den ersten Blick unvernünftig scheinen. Wo wir auf den ersten Blick sagen, Ja, wenn das ein allgemeines Gesetz wäre, so könnte man doch nicht leben. So könnte man doch nicht miteinander umgehen. Aber da merken wir dann, Jesus ist nicht als ein großer Gesetzgeber zu uns gekommen. Nicht als einer, der Regeln aufstellt, die man weitergeben und genau befolgen könnte. Nein, Jesus ist gekommen, um uns in der Trägheit unseres Lebens und unseres Herzens aufzurütteln und zum Nachdenken zu bringen. Daher erzählt er uns immer wieder provozierende Geschichten, die scheinbar unsinnig scheinen und uns doch zum Nachdenken bringen. Hier die Geschichte von einer Witwe, die alles weggibt und damit scheinbar völlig unsinnig und unvernünftig handelt. Wie könnte uns diese Geschichte zum Nachdenken bringen? Sie lädt uns zunächst einmal nachzudenken, Wofür setze ich denn mein ganzes Leben ein? Was ist für mich denn das Allerwichtigste? Wo würde ich sagen, da bin ich rückhaltlos dabei? Da bin ich ohne Reserve dabei. Das ist mir so wichtig, dass ich alles dafür einsetzen würde. Und ist das dann wirklich das entscheidend Wichtige, für das ich alles einsetzen würde? Ist es wirklich das Zentrum meines Lebens? Beobachten wir diese Frau. Sie gibt alles weg. Und damit macht sie sich angreifbar. Damit macht sie sich wehrlos. Damit liefert sie sich den anderen aus. Denn sie ist nun auf Hilfe angewiesen. Sie ist nun darauf angewiesen, dass andere sie unterstützen. Aber hat nicht Jesus ganz genauso gelebt und gehandelt? Ist er nicht auch arm wie ein Bettler durchs Land gezogen? Und hat sich von Menschen, oft von Frauen, unterstützen lassen? Und erleben wir es nicht manchmal tatsächlich in unserem Leben? Dort, wo wir Sicherheiten aufgeben, dort, wo wir uns nicht mehr absichern gegenüber allen möglichen Risiken, dort begegnen wir tatsächlich immer wieder auch der Großzügigkeit von Menschen. begegnen wir neuen Quellen des Glücks, von denen wir vorher gar keine Ahnung hatten. Wir müssen oft erst etwas weggeben, ein Risiko eingehen, uns freimachen von Sicherungen, um die eigentlichen Quellen des Reichtums für unser Leben zu entdecken. Des Reichtums, der nicht so viel mit Geld zu tun hat, sondern mit dem Austausch von Freundschaft, von Liebe, von Solidarität unter Menschen. Solange wir nur alles für uns selber haben wollen, solange wir nur allzu vernünftig unsere Dinge festhalten, verstellen wir uns oft genug auch den Weg zum Mitmenschen. Wenn wir scheinbar unvernünftig handeln, wegschenken, was wir haben, dann entdecken wir oft erst das, was es an Liebe, an Großzügigkeit, an Freundschaft in unserer Umgebung gibt. Und das unvernünftige Verhalten dieser armen Witwe, vielleicht kann es uns zur wahren Vernunft unseres Lebens führen. Vielleicht kann es uns dazu führen, dass wir in entscheidenden Augenblicken eben nicht allzu vernünftig das unsere festhalten wollen, sondern tatsächlich das Risiko eingehen, auf andere abhängig, von anderen abhängig zu werden. Das Risiko eingehen, die Großzügigkeit anderer zu brauchen. Das Risiko eingehen, die Liebe und Freundschaft anderer zu brauchen. Wie arm wäre unser Leben, wenn wir dieses Risiko niemals eingehen, wenn wir immer nur ganz vernünftig handeln und uns immer nur gegen alle Risiken absichern. Ja, wir können aus diesem Verhalten der armen Witwe am Opferkasten im Tempel nicht ein allgemeines Gesetz machen. Sie haben schon recht, wenn Sie bei der Kollekte heute im Gottesdienst nur eine begrenzte Spende geben. Aber Sie haben auch recht, wenn Sie sich von dieser Geschichte herausfordern lassen, nachzudenken, aufmerksam zu werden. Wo ist in meinem Leben der Punkt, wo ich das Risiko der Liebe, das Risiko der leeren Hände eingehen sollte, um die wahren Quellen des Glücks, des Reichtums, der Großzügigkeit und der Freundschaft in meinem Leben zu entdecken. Amen. Nichts sind hier. Vielen Dank.